Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Daron. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie du es schaffst, mehr Geld zu behalten. Viel Spaß dabei! Ein kleines Vorwort noch. Bis jetzt ging es auf dem Kanal quasi ausschließlich darum, Geld zu investieren. Wenn man genauer hinguckt, ist das jetzt auch erst der dritte Schritt. Der erste Schritt muss natürlich sein, Geld zu verdienen. Der zweite Schritt, Geld zu behalten, um dann im dritten Schritt das behaltende Geld investieren zu können. In diesem Video jetzt geht es um den zweiten Schritt, um das Behalten des Geldes. Um zu verstehen, wie man Geld behält, sollte man wissen, dass es genauso wie in Mathe, Physik und Chemie auch Gesetze bei Geld gibt. Und das erste Gesetz, was man kennen sollte, ist das Parkinson'sche Gesetz. Und das Parkinson'sche Gesetz besagt nichts anderes, als dass die Ausgaben, die Einnahmen immer aufzehren werden. Das heißt, du verdienst 2.000 Euro im Monat, deine Ausgaben werden höchstwahrscheinlich auch 2.000 Euro sein. Du verdienst 5.000 Euro im Monat, deine Ausgaben werden höchstwahrscheinlich 5.000 Euro im Monat sein. Wie kann man das Ganze nun ein wenig zu seinem Vorteil nutzen? In erster Linie solltest du wirklich aufschreiben, wirklich fixieren, wie viel du für was ausgibst und wie viel du zur Verfügung hast. Der zweite Punkt, der für sehr viele Leute ein großes Problem ist, ist, ja mein Auto ist kaputt gegangen, ich muss ein neues Auto kaufen. Oder, ja mein Kühlschrank hat einen Geist aufgegeben, ich brauche einen neuen Schrank. All diese Eventualitäten, das ist kaputt gegangen, das ist kaputt gegangen, diese Dinge, die man nicht berechnen kann und die halt einfach passieren, solltest du berechnen. Ich zeige dir gleich auch, wie ich das mache und vielleicht hilft dir das ja auch, ein wenig deine Finanzen in den Griff zu kriegen. So, ganz richtig, wir machen das mal wieder über eine schöne Excel-Tabelle. Wir machen das Ganze immer ein klein wenig größer, damit ihr das besser sehen könnt. Und zwar fangen wir an, wir machen jetzt für den Monat Mai eine Tabelle. Einnahmen, was auch immer du für Einnahmen hast, darauf wollen wir jetzt auch gar nicht so genau eingehen, jemals 1.500 Euro. Und wir möchten auf die Ausgaben eingehen. Und zwar ist es wichtig, jetzt wirklich alle Ausgaben, die du hast, aufzulisten. Das sind meinetwegen in erster Linie deine Miete, was du an Nahrungsmitteln zu dir nimmst. Ich nenne das immer liebevoll leben. Das war die Wohnung. Dann, was du für Kleidung ausgibst. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel du für Kleidung ausgibst. Kleidung. Aber da kommen alle Dinge rein, die du wirklich ausgibst. Beispielsweise 50 Euro für Strom. 45 Euro für das Internet und TV. Was hat man noch für Ausgaben? Die Handkasten fürs Handy sind beispielsweise 30 Euro. Und dann Versicherungen. Versicherungen ist wichtig, dass du die runterrechnest auf den Monat. Weil letztendlich kostet dich eine Versicherung monatlich. Auch wenn du sie jährlich bezahlst, ist es wichtig, dass du pro Monat schaust, wie viel du eigentlich zahlen würdest. Haftpflicht. Dann natürlich nicht zu vergessen, die GEZ. GEZ. Und ja, was du sonst noch. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt nicht pauschal Spaß oder wie auch immer man das nennen will, eintragen. Sondern ich würde zum Beispiel wirklich eintragen 25 Euro Kino. Das sieht man dann mal, wie viel man wirklich ausgibt. Oder man geht abends essen, man geht abends in irgendeine Bar und zahlt 40 Euro Barbesuch. Da sieht man erstmal, wenn man das alles aufschreibt, wie viel man da wirklich ausgibt. Für wen das am Anfang wirklich schwer ist, seine Finanzen in den Griff zu kriegen, für den würde ich auch empfehlen, die Sachen hier, was man an Leben, also was man an Nahrungsmitteln kauft, das einfach mal aufzuschreiben, was man da wirklich ausgibt. Das ist teilweise unfassbar, wie viel Leute für Lebensmittel ausgeben. Also wirklich alle Dinge, die zum Vergnügen sind, aufschreiben. Ganz am Schluss macht man dann eine schöne Summe. Und hier macht man eine Summe rein. So, und dann macht man hier unten drunter noch die Differenz zwischen den beiden. So, also so eine Excel-Tabelle kann sich jeder erstellen. Und das auch ohne großen Aufwand. Das ist ziemlich simpel, so eine Tabelle zu erstellen. Das Ganze kopieren wir dann. Und zwar für den nächsten Monat. Und das macht man dann Monat für Monat. Vielleicht noch eine kleine Trennlinie für die Optik. Rein. So. Und jetzt kannst du wirklich genau gucken, wie schauen denn deine Ausgaben im Mai aus. Das ist alles genauestens aufgelistet. Am besten anhand der Kontoauszüge kann man das häufig machen. Oder man macht das einfach den kompletten Monat über. Ich setze mich zum Beispiel abends immer hin und schreibe einfach alles auf, was ich ausgegeben habe. So. Nun die flexiblen Fixkosten. Das machen wir mal hier drüben rein. Und zwar flexible Fixkosten. Was ist damit gemeint? Nun ja, es passieren immer unverhoffte Dinge. Dinge, die man nicht erwartet. Beispielsweise dein Kühlschrank geht kaputt. Oder dein Fernseher geht kaputt. Also all die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe. Und zwar würde ich von all diesen Dingen jetzt mal den Wert berechnen. Zum Beispiel, du hast deinen Kühlschrank für 300 Euro. Plus dein Fernseher kostet vielleicht 500 Euro. Plus dein Computer kostet auch nochmal 500 Euro. Da haben wir 1300 Euro. Das Ganze teilen wir jetzt das da durch 24. So. Ich sage jetzt einfach mal, dein Computer hält im Schnitt 24 Monate. Dein Fernseher hält 24 Monate. Das ist einfach nur, ja, fiktiv jetzt genommen. Das heißt, 54 Euro hast du flexible Fixkosten. Das heißt, das trägst du hier monatlich mit ein. 54 Euro sind flexible Fixkosten. Ich für meinen Teil hebe die immer am Anfang des Monats direkt vom Konto ab. Tu sie in einen kleinen Umschlag. Inzwischen sind da auch schon wieder 350 oder 380 Euro drin. Und wenn halt doch irgendwas kaputt geht, mein Computer geht jetzt kaputt oder, ja, ich zahle zum Beispiel meinen Semesterbeitrag. Das ist für Studenten auch eine schöne Sache. Einfach, ich weiß nicht, was ihr einen Semesterbeitrag habt. 25 Euro wären sehr schön. Vielleicht 35 Euro im Monat einfach schon mit wegtun. Auch in den Umschlag rein und weg. Dann hast du das jeden Monat, packst du das in Wirklichkeit schon mit weg und siehst wirklich, wie viel du über hast. Und so jetzt siehst du hier super, Mann, du hast 300 Euro über. So, jetzt kannst du ja für den nächsten Monat bereits schon mal berechnen. Okay, Kino und Bar fällt raus. Aber deine Fixkosten hier und deine Unigebühren kommen nächsten Monat ja auch. Die schreibst du hier mit rein. So, jetzt weißt du, dass du eigentlich für den Monat, mit Ausnahme der Kleidung, die würde ich ja hier auch fast rausrechnen, aber okay. So zum Leben und zum Spaß haben grundsätzlich 365 Euro zur Verfügung hast. Das ist wirklich, wirklich viel Geld. Aus diesem Grund würde ich mir jetzt einfach sagen, okay, ich trage jetzt hier einfach ein, 100 Euro investieren. Und das Geld am Anfang des Monats, packe ich das auf mein Verrechnungskonto, investiere das direkt am Anfang des Monats, das ist weg. So, dann sehe ich, ich habe noch 265 Euro über. Okay, dann werde ich halt auch nur 265 Euro ausgeben, weil die Einnahmen und die Ausgaben, das wird sich immer in etwa eine Waage halten. Das heißt, wenn du einfach 100 Euro schon wegpackst und weißt, du hast noch 265 Euro, dann wirst du 265 Euro wegtun. Ich möchte jetzt aber mal zeigen, als homo economicus, nein, ich möchte jetzt zeigen, wie meine Ausgaben sind. Und zwar habe ich meine Ausgaben wirklich etwas reduziert. Und zwar, ich habe 215 Euro für Miete. Ich gebe 100 im Leben aus. Kleidung, muss ich zugeben, kaufe ich sehr, sehr selten. Ist kein Extrapunkt bei mir. Wenn ich es doch mal mache, trage ich es dann quasi ganz unten einfach mit ein, wenn ich mir doch mal ein neues Hemd kaufe. Ich wohne in einer WG und zahle 22,50 Euro Strom. Internet zahle ich 12,50 Euro. Dank Check24, wirklich ein super Angebot. Ich habe ein Prepaid-Handy, ich zahle ca. 4 Euro im Monat für mein Handy und ich zahle 3,50 Euro für meine Haftpflicht. Ich bin Student, muss gar keine GEZ bezahlen. Und meine flexiblen Fixkosten, da ich meine Uni-Gebühren da reingerechnet habe, sind bei mir 70 Euro. Ich habe einfach das beides zusammengepackt in einem Posten. So, jetzt können wir mal ausrechnen, was meine Fixkosten quasi sind. Die Fixkosten belaufen sich auf 427,50 Euro. Das Ganze sollte nicht zeigen, oh wie cool ich bin, ich schaffe es nicht auszugeben, ich habe keinen Spaß, ich bin ein böser Kapitalist, der nichts anderes macht, außer all sein Geld in Aktien zu stecken und so, das sollte es nicht heißen. Und zwar, ich möchte erklären zum einen, warum der Kanal Homo Ökonomikus heißt. Der Homo Ökonomikus agiert nach dem ökonomischen Prinzip. Das ökonomische Prinzip kennt zwei Modelle, sage ich mal. Einmal das Minimalprinzip und einmal das Maximalprinzip. Das Maximalprinzip sagt, okay, ich habe eine feste Summe x, einen festen Input und möchte das Maximale herausbekommen. Und das Minimalprinzip sagt quasi genau das Gegenteil. Ich habe etwas, mein Output ist gegeben und ich möchte das mit minimalen Mitteln erreichen. Und das ist genau das, was ich auf meine Ausgaben angewendet habe. Ich habe meinen Output, ich möchte einen schnellen Internetanschluss haben. So, nun schaue ich, Minimalprinzip, wo kriege ich das am günstigsten. Was anderes ist das letztendlich nicht. Und das habe ich bei all meinen Ausgaben gemacht. Ich habe das Schritt für Schritt über die letzten zwei Jahre alles heruntergefahren und habe immer geschaut, wie kann ich das kostentechnisch so minimieren, dass es quasi nicht weiter zu minimieren geht. Und das habe ich in allen Bereichen gemacht. Und dadurch habe ich es geschafft, meine Kosten enorm zu senken. Zudem kommt natürlich die Sache mit den flexiblen Fixkosten. Dies kann ich wirklich jedem empfehlen zu machen. Das hilft ungemein weiter, weil es geht immer irgendwas kaputt. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich freue mich, wenn jemand bis jetzt noch zuschaut. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch mal einen Daumen nach oben. Vielleicht kennst du ja irgendwelche Tricks, wie man die Ausgaben noch weiter reduzieren kann. Und ansonsten, wer noch kein Abo da gelassen hat, darüber würde ich mich natürlich am meisten freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.